Hallo liebe Traderinnen und Trader, mein Name ist Christian Schlegel, es ist Dienstagabend, das ist der 3. September und wir haben 17.38 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. Ich muss das immer dazu sagen, das ist eine Vorgabe von BaFin. So, das ist der MDAX heute, den habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht und es war jetzt auch mal wieder Zeit, dass man da mal wieder drauf schaut. Ich habe hier den Wochenchart, sprich eine Kerze, eine Woche und habe ihn lediglich ein paar Fibus reingezogen und kann das alles jetzt schon in einem Satz zusammenfassen, der Freund ist völlig neutral. Also so neutral, wie der schon seit langer, langer Zeit nicht mehr war. Fangen wir mal an. Von dieser letzten Bewegung bitte nicht daran stören, dass ich das nicht hier angesetzt habe. Das war eine Deutsche Bankindikation vom 26.12. Und wenn ich am 26.12. handeln muss, dann suche ich mir einen anderen Job. Die Idee gab es wirklich mal, das am 26.12. aufzumachen. Gut, von dieser Bewegung hier haben wir lediglich mal das 38er gesehen, sogar ganz leicht unterboten. Wir hatten jetzt noch nicht mal Kontakt mit der 200-Tage-Linie, die sich idealerweise mit dem 50er-Retracement hier bei 23.780 verbindet. Sehr schöne Unterstützung. Weiterhin auf Wochensicht 10 und 20 Wochenlinie. Tja, die schmusen jetzt schon seit dem 22.7. miteinander und die können gar nicht voneinander loslassen. Und genau da haben wir heute wieder geschlossen. Völlig neutral. Auffallend, ich mache mal das Fadenkreuz raus, ist, dass die sehr breiten Bänder erheblich zusammengelaufen sind. So was mag ich. Das heißt, der Markt ist eigentlich in einem Chill-Modus seit Februar diesen Jahres mit einer Range von 2000 Punkten. Und der wartet auf einen Ausbruch. Da werden wir gleich mal im Tagesschart zu kommen. Wir haben hier einen Oszillator, der in der Mitte seiner Berechnung mal wieder ein bisschen nach oben dreht. Das ist kein frisches, gutes, intensives Signal. Und das MACD oszilliert um die Null-Linie herum, kann ich auch nichts mit anfangen. Also auf Wochensicht, oder andersrum, wäre das jetzt ein Stundenchart, würde ich einen Bildschirm ausmachen und würde mit dem Hund fünf Stunden rausgehen, weil da ist überhaupt nichts Interessantes. Aber jetzt schauen wir uns die Geschichte mal am Tag an. So, das ist jetzt der Tag. Sie sehen also hier diese Seitwärtsphase, die wir haben seit Februar. Das hier ist jetzt die 200-Tage-Linie. Ich glaube, ich habe mich eben versprochen, vorhin bei der Woche, habe das auch 200-Tage-Linie genannt. Und das ist natürlich falsch, das war die 200-Wochen-Linie. Wir sind raus aus dem Band und haben uns dann so mit Mühe und Not wieder reingerettet. Das ist das 38er von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Und wir handeln gestern am Montag am oberen Band. Auch hier sind die Bänder eng, allerdings im Tagesvergleich gibt es also deutlich engere Phasen. Von hier ist nichts Besonderes zu sehen. Das MACD hat schon den ersten Balken des Histogramms leicht negativ. Das gefällt mir nicht so. Und tatsächlich gibt per heute der Oszillator ein Verkaufssignal. Das ist ein frisches Verkaufssignal. Ich behaupte, dass vor dem Hintergrund der insgesamt sehr langweiligen Wochentechnik sich der Tag hier dahingehend darstellen wird, dass die Chartpunkte wichtiger sind. Und da komme ich auf folgende. Das eine ist tatsächlich nur dieser Bereich hier um die 26.400. Und der andere ist unter der 200-Tage-Linie am unteren Band bei 24.533. Alles dazwischen ist für mich eher langweilig. Das Gap hier gibt es auch nicht mehr, wurde hier geschlossen. Und da komme ich jetzt gleich mit dem Schein rein, den ich für Sie ausgesucht habe. Der ist hier. Und zwar dieser hier. 24.722. Da lege ich also unter dieser Kerze hier, die bei 24.767 war. 24.722. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Bertha oder Great Britain 0W19. Der kommt für mich wirklich nur dann in Frage, wenn wir entweder dieses Mini-Zwischenhoch vom Montag bei 25.860 mit Schlusskurs überbieten und aber eher noch, wenn wir hier drüber sind, über den Bereich der 26.400 mit Schlusskurs. Jetzt muss ich vor dem Hintergrund des MACDs und des Stochastik eher davon ausgehen, dass wir nochmal die 20-Tage-Linie sehen. Also das ist definitiv noch kein Kauf jetzt. Beim Put, den zu finden, kann ich es mir noch einfacher machen. Den setze ich nämlich hinter dieses Hoch von 26.400. Und da komme ich auf den hier. 26.443. Ebenfalls ein Open-End-Schein, auch von Goldman Sachs mit der Kennnummer Gustav Marta 5 QF1. GM 5 QF1. Der liegt also hier hinter. Der käme für mich in Frage, wenn wir diesen Bereich hier unterbieten. Sowohl die 200-Tage-Linie als auch das 38er-Retracement als auch das untere Bollinger Band. Dann käme der für mich in Frage. Vorher noch nicht. Hat im Moment da einen 28er-Hebel. Der wird natürlich dann geringer werden. Es sind für mich zu wenig Signale, insbesondere auf Wochensicht. Das heißt, die Technik hilft mir nicht weiter, sodass die Chartpunkte, und da bin ich halt hier bei der 24.530 und hier bei der 26.400, bin ich besser aufgehoben, als mich jetzt hier auf die technischen Indikatoren zu verlassen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.